Das ist Günther. Günther spielt Fußball und hat nächstes Wochenende an einem Spiel gegen die Bayern auf der Sasse sehr erfreut. Davor trainiert er mit seiner Mannschaft. Während des Trainings stolpert Falk und wird vom Krankenwagen abgeholt. Der Trainer kommt unter den neuen Spielern. Zum Erstaunen der Mannschaft handelt es sich dabei um ein Mädchen. Dabei wissen doch alle, dass Mädchen kein Fußball spielen können. Im Stadion dann ein Tor für die Masche. Dank der neuen Spielerinnen ziehen sie den Bayern die Räder hoch. Sie gewannen 14. Das Bedenkenhaupt verlassen die Bayern das Spielplatz und fahren traurig nach Hause. Sie erhalten den Siegerpokal und fahren mit ihren neuen Spielern gemeinsam mit dem Treffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017